Ja, ich finde es stimmt, das A ist schon wirklich sehr, sehr Danja-mäßig. Warum hast du eine Axt? Ich habe keine Axt! Okay, ich gehe nochmal Richtung Klassenraum. Aber ich habe das Gefühl, in der ersten Nacht ist nur A da. Danja, alles okay? Lebst du noch? Nein. Ja, was? Leute, herzlich willkommen zu diesem Video mal wieder mit Danja. Und heute auch wieder dabei, Lena. Hallo. Hallo. Wir sind heute bei einem Spiel ABC-Lore. Sehr, sehr ähnlich zu Rainbow Friends. Kennen wir natürlich. Und ich glaube, das ist ein Fan-Made-Spiel. Ich weiß nicht, ob das das Original ist oder ob es dafür überhaupt ein Originalspiel gibt. Aber wir müssen mal wieder in den Kreis. Und was uns erwartet, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sehen wir hier die ABC-Figuren, die ein bisschen creepy aussehen. Das ist tatsächlich so. Ja, also hat ein bisschen Ähnlichkeit zu Danja und auch zu Lena. Ah, das D. Guck mal, das D ist sogar lila. Ja, hör mal. Ja, siehst du? Na, hör mal. Okay, wir gehen gleich in den nächsten Kreis. Okay. Okay, let's go. Was sind denn hier? Ja. Kommt rein. So, und Mr. Glob ist natürlich auch mal wieder dabei. Mr. Glob, verfolgst du uns schon wieder? Mr. Glob darf uns verfolgen. Ja, ist okay. So, und ich bin gespannt, was uns in diesem Spiel erwartet. Wir werden noch keine Challenge oder so machen. Einfach nur normal spielen. Ja, normal spielen. Weil ich weiß ja nicht, was uns erwartet. Ja, wir wissen ja auch überhaupt nicht, was abgeht jetzt gleich. Einfach nur überleben, wahrscheinlich. So sieht's aus. Also wir haben auch eine Taschenlampe mit dabei. Was das jetzt heißt, keine Ahnung. Ich hoffe, wir kommen alle auf den gleichen Server. Boah, ich finde, das A sieht schon echt eklig aus. Ja, ich finde, das A ist schon wirklich sehr, sehr Danja-mäßig. Ja, das B könnte auch... Warum ist das A so Danja-mäßig? Weiß ich nicht. Also... Ist das C Kahn-mäßig? Ja, kann sein. So, okay, wir starten. Oh, wir sind... Wo sind wir denn? Oh, was sieht aus? Es müsste eigentlich eine Schule sein. Also A, B, C oder ein Kindergarten. Aber es ist eine Schule. Ja, es ist Schule. Okay, sehr gut. Und das ist dann der Lehrer anscheinend. Okay, guten Morgen. Okay, es ist Zeit für den Unterricht. Alle machen sich bereit. Okay. Bordmagnete. Okay. Wahrscheinlich müssen wir die jetzt suchen. Gehe ich jetzt ganz stark von aus. Habt ihr die Geräusche an? Ach, nö, aber mache ich vielleicht mal. Stimmt, danke. Ja, dann hättet ihr das auch gehört. Da ist nämlich... Okay, das ist der Hausmeister. A.K.A. Flo. Hast du das gehört, Dania? Was? Was ich gesagt habe? Nein. Ja, du hörst mal wieder nicht zu, ne? Bist wahrscheinlich am Handy oder so. Nee, ich hab gerade gelesen. Ja. Ich hab gesagt, das ist der Hausmeister. A.K.A. Flo. Aha. Aber darauf hast du nicht reagiert. Also ist jetzt schon zu spät. Okay. So. Oh. Ich glaub, da war auch schon Buchstabe. Hä? Könnt ihr schon laufen? Äh, noch nicht. Jetzt. Jetzt kann ich. Okay. Interagieren. Sprengen geht auch wieder nicht. Okay, ich hab den Generator angemacht. Hilft das? Ich glaube nicht, dass uns das hilft. Aber alle laufen hier raus. Okay. Doch, doch. Wir müssen die Generatoren anmachen. Eins von zwölf. Warum hast du eigentlich eine Axt, Khan? Ich hab keine Axt. Huch. Ah, da ist ein A. Da ist Buchstabe A. Der lauft, glaub ich, nicht drauf. Ah. Warum ist der so schnell? Und tschüss. Ah. Warum ist der so schnell? Warum ist das A so schnell? Warum hast du eine Axt? Ich habe keine Axt. Du hast wohl eine Axt. Guck mal auf deinen Rucksack hinten drauf. Ach so, das. Ja, aber ich kann's nicht benutzen. So, hier ist der Nächste an. Ich kann's aber nicht benutzen. Also ich hab grad nur die Taschenlampe. Im Inventar hab ich nichts. Also wir haben schon A gesehen. Mhm. Also ich find's ein bisschen horrormäßiger als Rainbow Friends. Weil's halt so dunkel ist die ganze Zeit auch, ne? Und es ist nicht die ganze Zeit diese komische Geistermucke. Okay, ich hab noch einen Generator gefunden. Mhm, haben wir schon. Wir haben schon vier. Ah, vier von zwölf. Okay, warum sind wir alle beim... Wir sind gefühlt überall mit einer Masse unterwegs. Okay, ich geh nochmal Richtung Klassenraum. Aber ich hab das Gefühl, in der ersten Nacht ist nur A da. Daniel, alles okay? Lebst du noch? Nein. Oh, bist du tot? Du hast sie grad angemacht, okay. Ja. Kannst du dich respawn? Das werden wir gleich sehen. Oh, dann ja. 50 Robux kostet ein Respawn. Ja, kaufst du dir jetzt mal. Weißt du, wie teuer das ist? Ja, dann hättest du nicht sterben sollen. Dann hättest du nicht sterben sollen. Was genau ist denn passiert? Wo ist er denn hergekommen? Komm, der kam aus der Tür, durch die ich durchgehen wollte. War das A oder war das ein... Oh, hier steht auch Help. Help me. Hä? Ah! Ah! Okay. Hier ist der Exit. Hier ist Ausgang. Ich hab schon mal den Ausgang gefunden. Aber ich glaub, den brauchen wir noch nicht. Noch nicht. Okay, in der Lobby waren wir anscheinend schon. War schon jemand im Office. Ja, ich. Und noch jemand anderes mit mir. Ja, da waren zwei. Aber du kannst gerne nochmal durchgehen. Vielleicht haben wir eine Tür übersehen. Ich guck nochmal sicherheitshalber. Hier ist noch ein Office. Das ist aber ein anderes Office. Es gibt hier mehrere. Oder ist es dasselbe? Doch, da ist schon was Grünes an. Das ist der Generator. Ja, ja. Nee, dann gab's nur die beiden. Alles klar. Okay, wo ist jetzt der letzte Generator, Leute? Aber hier ist wirklich keiner. Hier ist keiner. Hier ist wirklich keiner. Nee. Okay. Okay. Boah. Aber ich hab bisher nur A gesehen. Ich glaub, in der ersten Nacht ist wirklich nur A da. Und der ist in der Turnhalle, glaub ich. Hier steht Help me. Ja, hab ich auch schon gesehen. Ja, schön. Oh, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Hier könnte jetzt wieder A sein. Aber hier ist der Generator auch schon an. Ich hab auch keine Ahnung, wo ich noch gucken soll nach dem Generator. Okay, A läuft überall rum anscheinend. Ja, ja. Und der verfolgt dich. Okay, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, hier im Keller zu suchen. Aber auch hier im Keller ist schon der Generator an. Ach so. Ah. Ja. Also hier ist der Generator auch schon an. In den Klassenräumen sind wir da überall gewesen. Ich glaub, Cafeteria waren wir auch schon. Ja, da ist... Wo ist denn jetzt der letzte Generator? Hallo? Ja, ich glaub, ich bin gerade in der Turnhalle, aber der hier sieht auch schon an. Ja. Okay, mich hat's auch erwischt. Voll in der Tür. Ja, super. Klasse 7a. Generator! Das war lustig, ja. Super lustig. Kann ich mich jetzt bitte respawnen? Hier ist der auch schon an. Also es ist auf jeden Fall nicht so einfach wie bei den Rainbow Friends. Na, obwohl ich glaube, bei Rainbow Friends kennen wir halt mittlerweile einfach die Möcke. Ja, das stimmt natürlich auch. Da haben wir ja auch am Anfang echt lange gebraucht. Das stimmt natürlich auch. Aber bis jetzt läuft tatsächlich nur A hier rum. Ich glaub, in der zweiten Nacht dann wahrscheinlich B. Hier sitzt Piggy. Ja. Ja, hast du Piggy auch gesehen? Ja. Oh nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, geh weg. Okay, wo ist, Leute? Okay, oh, 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 oh. Hä? Irgendwas ist passiert. Hä? Was ist das? Was ist passiert? Was? Ich hab ein Buch, ich... Jemand hat wohl den letzten Generator. Oh, jetzt war A schon, A war schon wieder hinter mir her, aber er hat auch einen Buchstaben. Also ich hab... Haben wir... Ich hab auch gerade einen Buchstaben, ich hab gerade einen S eingesammelt. Ich hab einen T eingesammelt. Äh, ist die Runde schon vorbei? Äh, habt ihr nicht auch gerade die Sequenz vor euch? Nö, ich bin gerade gestorben. Hä? Hä? Ich bin weitergekommen. Ich lauf hier immer noch rum. Ich muss jetzt Buchstaben suchen. Ach du meinst. Also ich hatte gerade keine Sequenz, aber... Daniela, bist du doch. Ja, ich hatte... Daniela, da... Ich hatte aber keine Sequenz. Bei mir stehen noch Generatoren an der Seite. Ne, ich hab jetzt Buchstaben. Bei dir, Daniela? Gut. Bei mir steht Generatoren 0 von 0, aber ich kann Buchstaben sammeln. Ja, ich lauf auch mal ein bisschen rum, vielleicht kann ich ein paar Buchstaben sammeln. Ah, ich hab ein Buchstabe. Wie viele Buchstaben sind da noch zu suchen? Äh, 14. Noch 14 oder insgesamt 14? Noch 14. Es sind insgesamt 26, das ganze Alphabet. Ah, okay. So, jetzt hab ich ein zweites gefunden. Ich hab W und X gefunden. Hier ist noch ein Buchstabe. A hat mich schon wieder gefressen. Ich glaub, das ist ein bisschen buggy. Also dieses, äh, reviven. Weil bei mir... Bis jetzt hatte ich immer Glück. Oh, oh, A ist wieder da. Also der hat mich schon mehrmals verfolgt, aber ich konnte jedes Mal... Oh, B ist auch da. Oh, B ist da? Ja. Aber B sieht irgendwie ein bisschen nicht ganz so schlimm aus. So monströs wie A. Wie viele Buchstaben haben wir denn jetzt schon? Lena, du bist, glaub ich, die Einzige, die das sieht. Ah, hier ist noch ein Buchstabe. Äh, jetzt haben wir 19 von 26. Jetzt müssen wir 20 haben. Ja. A ist wieder da, aber die sind ein bisschen zu schnell. Dann ja nicht hier rein. Die sind ein bisschen heftiger, ne? Als bei Rainbow Friends. Die sind aktiver unterwegs. Auf jeden Fall. Ah, ich hab noch ein Buchstaben. Oh, ich bin in Cafeteria. Und da verfolgt mich wieder ein A in Buchstabe. Hilfe, ich glaub, das war A. Okay, wie viele Buchstaben haben wir schon? Ui, 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 ui. 21. Ja, jetzt wird's wieder knifflig wahrscheinlich. Ah, hier ist noch ein Buchstabe. 22. Also die Map ist schon ziemlich groß. Die Map ist sehr, sehr groß. Aber man kann die Buchstaben auch nicht hören oder so. Also man weiß nicht, ob die dann in der Nähe sind, sondern das Geräusch kommt erst, wenn sie wirklich... Ja, und dann kommt diese Animation, dann ist so shaky cam und so. Wart ihr schon in allen Klassenräumen? Ich weiß nicht, wo ich überall war. Ich weiß nur, wir haben 24 von 26 Buchstaben. Ja, da drin war gerade A. Ey, die tört Augen so da drüber einfach nur. Oh, oh, noch ein Buchstabe. Oh, das ist, glaub ich, B. Ah, der sieht irgendwie knuffiger aus. Haben die Augen? Ich geh mal in den Keller. Ich geh mal in den Keller. Haben die jetzt zu B gehört, anstatt zu der Tür? Nee, 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 nee. Über der Tür sieht's so aus, als wenn da Augen wären. Ach so, okay. In der Sporthalle, glaub ich. Ich frag mich wirklich, warum ich die Axt habe. Du bist ja Schulsprecher, sollst uns beschützen. Wart ihr schon im Office? Ja. Äh, äh, ja. Aber kannst gern immer nochmal durchlaufen. Ich such nochmal, ich such nochmal durch, sicher ist sicher. Ja, im Keller hat mich jetzt auch nichts mehr gefunden. Obwohl, äh, oh, das sieht ein bisschen creepy aus. Wie, Five Nights at Freddy's oder wie? Ja, das wollte ich gerade sagen, aber... Oh, da wird gerade einer, äh, he, 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 he. Nee, 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 Daniel, Daniel zurück, Daniel zurück. Okay. Oh, zurück. Oh, nein. Jetzt sind die alle hier. Fehlt nur noch ein Buchstabe? Nein, zwei. Aber ich hab gerade A und B hinter mir. Ich muss gerade mal ne Runde laufen. Ein bisschen Spor tut ja auch ganz gut am Morgen. Aber in der Halle ist nichts, oder? Also, ich wurde jetzt in der Halle einfach nur erwischt. Das Ding ist, ich hab in der Halle nicht in den Ecken geguckt. Ich, ich lauf da einfach immer nur durch. Vielleicht wär's mal cool in den Ecken geguckt. Achso, man kann auch sprinten. Wie? Was? Oh mein Gott. Mit Schiff? Oh mein Gott, wir sind immer wieder so was von. Weil der war so schnell und dann dachte, hey, warum kann der sprinten? Achso, ja, okay. Ah, Vorsicht. Wo heißt Vorsicht? Bei 7a? Oh Gott, ich hab nen Buchstaben. Ich hab nen Buchstaben. Wie viele fehlen uns jetzt noch? Einer noch. Ein einziger Buchstabe fehlt uns jetzt noch. Das wird richtig ekelhaft, den zu finden jetzt, ne? Ja, ich glaub auch. Und wie viele sind überhaupt noch da? Wir sind ja nur noch mit Mr. Glob allein unterwegs. Der Rest ist ja anscheinend schon weg. Findet den Buchstaben. Please. Ich schau nochmal in der Bibliothek. Ah. Ich bin auch jetzt in der Bücherei. Aber ich guck mal hier den Boden ab. Aber es sieht nicht gut aus. Nein. Nö. Hier ist kein Buchstabe mehr. Ah! Ja, Vorsicht. Ich bin einfach... Ich bin einfach durch den Buchstaben durchgelaufen. Oh mein Gott, ich muss rennen. Oh mein Gott, ich bin schon wieder entkommen. Ich bin noch nicht einmal gestorben, ne? Ja, ist okay. Ist doch schön. Oh, ich hab den Buchstaben. Ich hab den Buchstaben. Sehr gut. Aber das seht ihr jetzt auch, ne? Wir sind wieder alle zusammen. Ich seh nix. Ich auch nicht. Hä? Ich seh aber euch. Ihr seid jetzt mit dabei. Ja, also wir sehen die Animation nicht. Also könnt ihr sie bei Lena sehen gerade. Du musst es einfach sagen, wenn es weitergeht. Ja, aber das ist natürlich nur ganz kurz. Also wir sollen jetzt Notizbücher finden. Und ich glaub... Sind wir schon wieder in der Runde drin? Äh, zehn... Ja, sind wir. Ja. Und es sind zehn. Es sind zehn Notizbücher, die jetzt gefunden werden müssen. Es ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr buggy. Also es kann auch einfach sein, dass wenn du halt einmal stirbst, dass du da nicht mehr... Das kann sein. Aber ja, jetzt seh ich die Notizbücher. Ja. Hä? Jetzt sind wir alle hier. Hä? Wenn ich aus dieser Tür raus will, dann bin ich ja direkt tot, automatisch. Hä? Mit den Augen. Da gibt es aber mehrere Türen mit Augen, ne? Okay, ich bin direkt gestorben. Also mit Augen meine ich so über der Tür. Ja, ja, genau. Das sind dann wie so... Ah, okay. Äh, by the way, wir haben sechs von zehn. Okay, alles klar. Ich, äh, hab mich nochmal revived. Also das Ding ist, wenn wir die Buchstaben sehen, man kann denen entkommen. Also es ist nicht so, wenn die auftauchen, dass man direkt tot ist, sondern man kann wirklich wegrennen. Die Map ist schon ziemlich groß. Und so hab ich's bis jetzt irgendwie auch ein bisschen hergeschafft. Oh, soll ich in den Keller ja gehen? Ich bin schon im Keller, ich bin schon im Keller, brauchst du nicht. Ah, du bist... Ah, alles klar. Hier hab ich nichts gefunden. Okay, dann lauf ich mal in... Äh, wie viele Bücher fehlen denn noch? Oh! Äh, 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 äh. Ah, das meintest du mit der Tür, mit den Augen. Genau, bist du auch reingelaufen. Die? Äh, du bist tot. Wie kann ich mich hier wieder... Gleich kommt unten kannst du dich respawn, steht da für 50 Robux. Okay, aber ich seh noch die Notizbücher. Ich hoffe, dass das dann trotzdem für mich weitergeht. Äh, wie viele? Äh, sechs von zehn. Klar, klar. Ach, das ist ja jetzt echt... Warum stirbt man, wenn man durch die Tür geht? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das auch irgendein Alphabet-Dingens, was sich in Türen versteckt? Kann sein. Oh. Es hatte ja Augen drüber. Ja, ja, das meinte ich halt. Oh, hier ist... Ah, ich hab noch eins gefunden. Sehr gut. Es fehlt noch ein Notizbuch. Mhm. Eins, bitte. Tü, 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 tü. Ah, da bist du. Dann... Ich lauf mal mit dir zusammen. Aber ich nehm die nächste Tür. Hab in die 3A. Wie süß. Oh, ich hab das. Sehr gut. Ich hab es. Sehr gut. Okay. Und jetzt kommt wieder keine Sequenz da. Das heißt, ich seh jetzt nix. Du auch nicht? Also wenn man... Nee. Aber wartet, wartet. Hier ist was. Hier ist was. Was ist das? Hä? Ich hab irgendwas eingesammelt. Da hing was am Haken. Aber ich weiß nicht, was das war. Okay, warte. Ich hab ne Animation. Oh. Hä? Äh, nee. Ich bin wieder am... Okay. Sind wir schon durch? Ich bin auch wieder am Spawn. Äh, am Spawn, ja. Anscheinend sind wir durch. Äh, okay. Das war jetzt ein bisschen random. Äh, Leute. Haben wir das Spiel jetzt durchgespielt? Oder... Ich glaube nicht. Weil es hat ja noch Ziel gespielt. D und E. Ich glaube nicht. Weil ich hab ja gerade noch was eingesammelt. Und ich glaube, das wäre jetzt quasi das nächste Kapitel jetzt in der Art gewesen. Ja, kann sein. Äh, Leute. Aber das war zumindestens mal der Anfang vom ABC-Spiel. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob wir es nochmal spielen sollen. Ob wir es überhaupt durchgespielt haben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschö. Tschö. Bye, bye. 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 Vielen Dank.